Mir persönlich ist Sport sehr wichtig, weil ich selber viel Sport mache, weil das für mich ein Ausgleich zu meiner beruflichen Tätigkeit ist. Und darum ist es auch meine Leidenschaft Sportler dabei zu unterstützen, nach Verletzungen wieder zurück zum Sport zu kommen. Mein Name ist Dr. Philipp Breb, ich bin Facharzt für Orthopädie und Traumatologie in Wien. Ich bin Sportarzt und spezialisiert auf Handchirurgie. Leider habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, nach einer Verletzung wieder zurück in den Alltag, ins Berufsleben und zum Sport zu kommen. Ich bin schon mehrfach an der Hand und am Knie operiert worden und weiß daher, wie es den Patienten geht, wenn man am Weg der Rehabilitation ist. Ich habe mich für Orthopädie und Traumatologie entschieden, weil mir die Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates besonders am Herzen liegt. Bei der Handchirurgie speziell ist es so, dass ich im Laufe meiner Ausbildung das Privileg hatte, mit sehr guten Handchirurgen zusammenzuarbeiten und mich das einfach so beeindruckt hat, dass ich dann auch entschieden habe, mich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Beim Umgang mit meinen Patienten ist mir sehr wichtig, dass es für jeden Patienten eine angepasste Therapiemethode gibt und man muss bei jedem Patienten einfach die richtige Lösung für das jeweilige Problem finden. Ich bin bei meiner Berufsausübung sehr gewissenhaft und habe auch einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, immer besser zu werden. Ich versuche keine Massenabfertigung für die Patienten zu machen oder irgendwelche Therapien zu verkaufen, sondern für jeden Einzelnen die passende Lösung zu finden.